so leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde survival games mit dem panda hallo ja sagt noch mal den youtube kanal nur so auch wenn du nicht so mit ja ein raketenaffe ja aber ich habe noch keine videos also 20 sekunden dann geht's los das geil ist jetzt ich habe jetzt mein team so geil eingestellt ich habe keine ahnung was ich gemacht habe im ernst ich habe eigentlich nichts gemacht aber die tonqualität so nice und überhaupt kein rauschen mehr und du bist nicht der einzige prämie und das ist auch die off-back viel start viel start ich gehe einfach meine gute ab hier egal ich habe rüstung ich habe rüstung ich habe ja mach was du willst mach was du willst und mein bruder schreibt rein ich bin falsch hochgegangen deshalb konnte ich jetzt nicht meine rute nehmen ich bin nicht hoch ja ich komme einfach mal in deine richtung mit ich bin zum bahnhof nur so weiß ich sehe dich ok gut ja mein bruder alter das stört das stört extrem soll jetzt im ernten zum bruder also ja und er bettelt sich hier voll geil also haben sich gebettelt und ja ich glaube einfach mal meine typische hut habe die ich eigentlich wirklich immer ablaufen und die ich dem deck geklaut habe also so bisschen was essen und dass sie auch noch essen damit sich meine leben regenerieren weil ich ja so schlau bin und einfach von ganz hoch oben runter hüpfen und jedes so wie weißt du eigentlich wie diese dinge heißen es sind ja eigentlich keine chest was so chest keine ahnung kein plan ja wegen so den ganzen namen ja schreibt in die comments wenn ihr es wisst und und schlauer werden okay ja gruselig schlauer werden ich habe einen kuchen ich bin eine bitch because bitches loves cake und so ja und also leicht das video wenn ihr mehr mit dem typi sehen wollt typi ich bin kein typi du bist ein typine ich bin eine lesbe so wie du das betont hast vor allem ich sehe dich achtung von hinten kommt einer mit steinachst du krieg nur dass dieser fehl place die weg von dem laufen wir weg laufen wir er ist immerhin ein fn fn der spielt und er hat sich an wie youtuber und youtuber sind geil genauso wie die da die hier ist wo man sich durchgraben muss ja ich am steinschwerf wenn man den blog da abbaut vor mir das ist der chest runter und wenn ich die mal öffnen könnte wäre es auch sehr schön das wichtig ist ja um die abzubauen braucht man eine langsamere internetverbindung sonst ja wo ein diamant war drin oho ich brauche essen essen hier warte wo bist du ich bin am bahn ja ich komme einfach ja und noch einer hier für arme leute nein ich habe ich habe ich habe ich habe die weg ihr weg hier ich renne ich gucke ob sie über dramatisieren oh mein gott sterben die sind nicht mehr hinter uns kennst du eigentlich diese was ich vor kurzem also wirklich vor sehr kurzem als festgestellt habe diese das ist das und es gibt ja so ein unterirdisches kanal dingens und da gibt es auch riesige räume unten so richtig ich war denn meinem lp noch nie und obwohl ich die ganze zeit irgendwie nur diese map spielt da ich da ja so man lasst auf den typen dagegen das auf den typen ok warte dann gehen wir mal hoch und das geht immer ein goldschwert ich habe das eine stein ach so eine holz sagt so gut aber goldjack ist schwert ist glaube ich genau gleich stark ja trotzdem damit kann ich wenigstens block hitting jockey das sache aber ein abonnent der klacks hd meint das block hinten überhaupt nichts bringt es stimmt auch zum zeit also man kriegt nicht unbedingt weniger der match aber man kann viel schneller schlagen man kann aber mit der wert kommen die wetter diese tussi da die kommen okay die machen irgendwas anderes dann schlag mich nicht ich versuche sie aber du rennst mir immer rein ja ha 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 harte ich gib den holzschwert auch wenn es nicht sehr für bringt neid warte hier hier hast du eine dings chest plate iron chest plate und ich hab ein steinracke ja gebt mir mach ja gebt mir mach wo denn Da, da, hinterm Zaun. Kommst du nicht hin? Äh, warte. Warte, ich komm rum. Erstmal Stein, ich spür, das ist besser. Ich schaust hier hin so. Ich hab 10, ich muss mal was essen, Digga. Hungere hier. Nom, nom, nom. Und noch einen Fisch. Nom, nom, nom. So eine typische Stimme. Ah, warte, hier kommen zwei, hier kommen zwei. Ja, ich weiß, warte mal. Zeig mir erst mal Frieden, zeig mir erst mal Frieden, ob die Frieden machen. Okay, ich geh auf den Linken, du auf den Rechten. Wen? Du gehst auf das Girlie und ich geh auf den Irgendwas. Ja, und dieses Girlie. Ich verliere jetzt wegen den komischen... Ja, ja, Alter, dann weg. Okay, er ist tot. Ja, der Pauls den Nero, dann weg. Ja, der Erotik-Boy. Ja, jetzt. Nein, what the fuck? Ich hab ihn verloren, ich hab ihn verloren. Er ist ums Eck. Nein. Oh, dieser Demo heißt 6-Sprint. Mann, was für ein Scheißdreck. Mann. Ich hasse die 1. Anfang, also, schreibt man in die Comments, wie die 1.6 entgegen, dass sie 1.5 findet, weil am Anfang hab ich sie auf jeden Fall gehasst. Aber ich fand es einfach nur behindert, weil man dann einen neuen Launcher machen musste und alles, das fand ich so scheiße. Schreibt einfach mal in die Comments, was ihr besser findet. Ja, und der Launcher ist so hässlich geworden. Ja, genau. Wo bist du? Keine Ahnung, ich bin beim Spawn irgendwie jetzt. Und ich hab den Typ verloren, diesen Pauls irgendwas. Egal, bleib einfach am Spawn. Fuck, ich muss was essen. Mir geht's ja richtig schlecht. Alter, weißt du, wie viel Essen ich habe? Jetzt ist... Jetzt meckere ich strummisch, Bruch rissen und jetzt hab ich zu viel essen. Ich seh dich. Ja, okay, gut, 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 gut. Ich geh da auf den Kuchen. Und noch ein paar Karotten. So, warte. Ja, der Kuchen ist sehr nützlich hier. Ich kann ihn eh nicht mehr essen, ich bin schon voll. Okay, das ist ja kaputt. Ähm, warte mal, ich muss mal kurz mein Inventar sortieren. Bogen. Hab ich Pfeile? Hast du Pfeile? Äh, Pfeile, Pfeile, fuck, nein. Nein, doch, 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 10. Ja, gib mal. Ich hab aber... Egal. Warte, ich geb die 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauch selber welche. Ja, aber ich hab auch einen Bogen. Egal, lass zur Mitte. Lass zur Mitte. Okay, okay, warte. Oder sollen wir warten auf Deathmatch? Äh, nee, lass mal erst mal gucken. Hier sind nur noch ein paar Kisten. Ja, okay. Cheers. Ist hier was? Warte, hier oben ist doch eine, hoffen wir mal... Ich geh jetzt aber so sicher gesnackt, wie ich die Kiste kenne. Die lässt sich so gerne snacken. So. Ich geh nicht gerne zu der Küste. Und? Ja, da warst du genau was drin. Und was? Ah, hier, das... Warte mal, ich pack mal hier meinen Kram rein. Ich pack... Warte, was brauch ich nicht? Das, 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 das... Das... Nein, Eisenhose! Ah, oh, genau, ich bin so dumm. Gib mir mal die Eisenhose, gib mir mal bitte die Eisenhose. Nein, das kann ich nicht hergeben. Mann, du bist ein Spaß. Ah, fuck, ich tue das weg. Oh, Goldschuhe, danke. Ach, da sind sogar Fettenschuhe. Und ich seh einen Namen. Unten an der Straße. Nein, jetzt... Oh, fuck, Alter. Hast du, hast du irgendwas rausgenommen? Die, die Stick... Sticky? Nein. Achso, jetzt... Warte, ich muss dir einen gehen. Ich... Wir brauchen ein Dir, dann kann ich mir ein Dir-Schwert machen, Alter. Ich kann mir... Ich kann mir... Ich kann mir... Mein höchstes ist jetzt erst mal ein Steinschwert, weil ich hab kein Eisen. Ich... Wollen wir diesen Typen da killen, noch? Ja, von mir aus. Ähm, wir brauchen ein Dir noch. Ja, egal, komm. Wow! Achso, das bist du. Mit dir stattfindet wir an Beatable. Ich hab mich gerade erschrocken. Junge, wer läuft denn da durchs Haus durch? Aber in Deathmatch dürfen wir kein Team machen, dann. Doch, bist bloß noch, wie beide drin sind. Oh, Fellbob, der hat ja noch gar nichts. Der tut mir voll leid. Oh, 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 oh. Und, der Sud. Oh, gut. Warte, was geht... Oh, ich hab Eis. Ich hab Eisen. Du brauchst Eisenschuhe, oder? Hier, nimm das. Lol, du hast Eisenschuhe, aber gibst mir nichts. Ich hab auch ein Eisen. Sollen wir uns ein Eisenschwert machen? Äh, darf ich das Eisenschwert machen? Bitte. Na gut, aber wenn du... Wir brauchen dann noch ein Dir, dann hab ich ein Dir-Schwert. Es wird Nacht, es wird Nacht. Lass in die Mitte. Es wird Nacht. Ja, dann wird alles neu aufgefüllt. Nice. Warte, ich hab eh ne Uhr, ich hab eh ne Uhr. Es wird gleich neu aufgefüllt. Scheiße, nur noch 50 Sekunden. Schnell, 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 schnell. Oh. Warte. Dann schnell ein Eisenschwert kaufen. Hab's... Bitte sag, es wird neu aufgefüllt. Nein. Noch ein Eis, bitte gib mir schnell das Eisenschwert. Ich hab kein Eis. Doch, wird noch neu auf... Das kann... Ich hab's euch gegeben. Ja, okay, ich hab zwei Eisen. Zwei Eisen, zwei Eisen, zwei Eisen. Alter, warum geh ich kein Dir mehr? Das ist ja so geil mit einem Dierschwert. Das ist ja, da ist einer, da ist einer. Sollen wir ihn... Nein, warte. Sollen wir ihn töten, ne? Ja. Warte, wir müssen so von beiden Seiten... Fuck. Yo! Alter, geil. Ich hab noch zwei Eisen, ich hab noch zwei Eisen und einen Stick. Dann mach's nur eines. Schnell, schnell. Mach du's. Schnell. Mein Inventar ist voll. Ja, meinte auch. Nein. Fuck. Okay, dann müssen wir sich zu überleben. Wow, 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 wow. Ich verstecke mich hier ein bisschen. Ich bin so geil. Ich hab drei... Ich hab nur zwei und ein halbes Leben. Okay, warte, ich helf dir. Ich kann dir nicht schlagen, ich will mich irgendwie nicht schlagen. Nein, 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 nein. Komm schon. Was ist das? Was? Ich kann dir nicht schlagen. Warte, jetzt. N. N. Ja, tot. Warte, 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 noch nicht aufeinander. Hatte ein Eisenschwert? Nee, der hatte nix. Warte, ich brauch nen gescheiteren Helm. Hier, das... Äh, härteren Helm. Hab ich schon. Achso, ich hatte schon die ganze Zeit Kettenhelme. Ich weiß nicht, dass ich was brauch. Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Alter, du hast den Urvorteil mit deinem Eisenschwert. Ja, okay. Soll ich lieber Steinschwert benutzen? Ja, machen wir fair. Ja, okay. Also beide... Warte, machen wir beide genau die gleiche Rüstung, okay? Warte. Ich hab aber... Nein. Ich hab bloß ne Goldhose. Ja, warte, mach ich eh, mach ich eh. Wir machen beide die gleiche Rüstung, okay? Ähm, und was hast du für nen Helm? Brauchst du... Nimm nen Kettenhelm, damit wir beide genau das gleiche haben. Okay? Okay. Warte, warte. Dann macht ihr wirklich nur Battle of Skill. Ja, warte, mein... Ähm, mein... Ähm, mein Lebensmanagement. Ich hab leider... Ich hab leider... Ich hab leider ein bisschen den Aufnahmen-Nachteil, weil bei mir ruckelt es leicht. Also, wenn ich die Maus bewege, bewegt sie sich circa eine halbe Sekunde später. Hauptsache, du kannst irgendwas machen. Ja. Warte, 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 warte. Geh mal du da hinten in die Ecke. Geh mal du da hinten. Also, das ist so ne nice Runde mal. Ja, Mann. Okay, äh, mein Leben sind jetzt voll. Gut. Waren wir beginn? Okay, 3, 2, 1, komm. Wow! Geronimo! Nein, ich hab keine Pfeile mehr, oh fuck. Soll ich dir welche geben? Nein, 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 lass, lass, lass. Meine Pfeile fliegen seitlich, weshalb auch immer. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alza bei der Maus. Ich angel dich, ich angel dich. Ich angel dich. Alza. Ich angel dich, ich angel dich. Jetzt machen wir Angel Battle, genau. Mann, du mit deinen dummen Pfeilen. Boah. Loll, du lagst bei mir. Oh ja, okay. Nice Runde, nice, nice. Ja, schau geil, wir waren die zwei letzten Spieler hier. Ich spring jetzt in die Lava. Und das, wir einfach mal tschüss. Bye. Bye. Yeah.